Hallo meine kleinen Freunde. Willkommen zurück zu meiner Folge Art Manzett Warfare. Ich habe mir gedacht, nimmst du mal infiziert. Läuft. Bitte lass mich nicht zuerst der Infizierte sein. Immer wenn ich es bin, geht das alles voll in die Hose. Überlebt irgendwie. Verpisst euch alle von mir. Augen auf die Feinde in der Zufahrt. Feinde rücken vor. Hahaha. Ich bin nicht der Infizierte. Shooter-Schilder aktiviert. Gut, das werde ich wahrscheinlich überbrauchen. Der hat es nicht einfach, der Kollege. Ich bleib einfach hier. Du bist einer von mir. Nein! Spasti! Verpiss dich doch mal. Kollege, jetzt hast du mir schon dein Team geholt. Zeit verlängert. Ja. Da guckt der Doof da oben drauf, ne? Nein. Ich hole euch ja eh weg. Wir können ja knicken, dass er da oben bleibt. Zeit verlängert. Hahaha. Zeit verlängert. Mann, ihr seid ja auch alle so doof. Ja, wenn ihr unbedingt einen hier auf... Zeit verlängert. Was ist mir da eigentlich nachgeflogen? Zeit verlängert. Mehrere Ziele in der Garenheit. Zeit verlängert. Haha. Geklaut. Hat er gedacht, er kriegt den? Oh, nee. Den hab ich mir geholt. Läh. Oha, nur weil du Klo-Steine lutscht. Bitte, lass mich geholt haben. Lass mich geholt haben. Lass Blut dran. Ah, und, 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 und. Oh, ich bin der Maschine. Gehen. Schlitz. Jetzt ist er der glücklichste Scheißer der Welt. Und hat ein Grinsen von Ohr zu Ohr. Hahaha. Jungs, das war geil. Was hab ich eigentlich für eine Quote? Oh, 6-3. Eine Zwoa-Quote, obwohl ich im Infizierteam war. Wow. Tier. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Spannende Musik. Untertitelung des ZDF, 2020